Moin Moin und willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Tunic und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich immer noch hier, wo wir die drei Steine hingesetzt haben und trotzdem nichts passiert. Ich habe jetzt auch ein bisschen hier rumgeguckt, also ohne euch, und ich konnte einfach nichts finden und ich finde in der Anleitung auch nichts. Ich weiß also nicht genau, was man jetzt hier großartig machen kann. Ja, eventuell können wir uns Rat holen bei diesem Geistfuchs da. Ich weiß das nicht, ob das geht. Gucken wir mal kurz hier rauf. Speichern mal ganz kurz lieber. Ich finde es schon ein bisschen komisch. Wir gehen mal zurück zu dieser Platte, dass wir uns da zurück beamen können in diese komische Welt. Ich muss ein paar Gegnerplatten machen vorher. Ja, hörst du, lauf mich zu hauen. Na gut, ne, nehmen wir uns mal kurz hier irgendwo hin. Ich kann die Maske eigentlich auch wieder abnehmen, die brauchen wir glaube ich nicht mehr. Ja, machen wir gleich mal. So, warte mal. Statt der Maske nehmen wir jetzt mal hier noch ein Schild. Gut, also wir können mal hier hochlaufen. Vielleicht hat sich ja hier was geändert. Sie war ja in diesen Dingern da gefangen. Vielleicht haben wir die ja befreit. Da sind nämlich auch diese. Seht ihr die so am Rand? Obwohl, hier ist gar keiner. Da ist natürlich schlecht. Okay, hier ist sie nicht. Wo kann sie denn jetzt rein? Wo kann das gute Miststück sein? So, warte mal, hier können wir auch mal da hin. Da geht es hin zu diesem Schwert, was in der Luft schwebt. Ich kann mit dem Schwert ein bisschen... Okay, jetzt ist sie hier. Gucken, was sie sagt. Hallo, ich bin der kleine Fuchs. Na, ich glaube wir kriegen das Schwert. Wie cool ist das denn? Oder sie haut einfach mich... Ach, Quatsch. Tissi sitzen. Oh, Alter, wie muss man die... Guck mal, da kommt jetzt erst die Anzeige von dir. Wie soll ich die denn besiegen? Mal ganz im Ernst. Hui, ja, da müssen wir nochmal ran. Die ist ja wohl ein bisschen ultrascharf auf uns. Mal sehen. Okay, ich glaube, man musste sterben. Darum ging es. Das ist doch der Anfang hier, wo wir am Anfang waren, oder? Nur nicht als Geist. Ich kann auch... Oh, ich habe aber kein gutes Leben mehr da. Das ist ja immer schon blöd. Können wir da irgendwo hinkommen? Okay, können wir wahrscheinlich nochmal gegen sie antreten. Das kann natürlich... Oh, ein Stück Anleitung. Die Städtenverwaltung im Beginn des... Ach, das ist jetzt hier das Inhaltsverzeichnis. Okay. Zivilisation, heiliges Kreuz, die Macht, dem Tod zu trotzen. Geschützt in einem Waldtempel. Gibt gestohlen und in den Himmel gebracht, versiegelt an der Wurzel der Welt. Die gleiche Schlacht und zielige Male geschlagen. Der Beginn des Abenteuers. Okay. Kann ich auch nirgends wo hin? Muss ich jetzt... Das immer wieder machen? Nein. Muss ich jetzt mein Abenteuer nochmal bestreiten als Geist? Das wäre... Ultra-uncool. Das ist doch der Anfang hier, ne? Gucken wir mal. Hier war man schon dran. Kann ich auch nichts auswählen, okay? Verstehen tun wir nichts von dem? Heldengeraden. Da waren wir doch schon. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Hm. Okay. Die ist doch alles still, ne? Keine Musik. Gehen wir nach ganz oben. Speichern können wir auf jeden Fall einmal. Alle Abkürzungen sind auch da. Etwas Schlechtes. Gehen wir mal hier rein. Zum Goldenen. Hokus, Hokus. Wahrscheinlich haben wir sie befreit und das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja, anscheinend. Ach ja. Äh. Da. Vierter Schlüssel. Belagerungsmaschine. Die habe ich besiegt. Die Belagerungsmaschine. Hier war ja das andere. Hier ist auch noch einer. Held nah. Oh, ich bin ja nah. Und kein Held mehr. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Oder auch schlecht. Kann man sehen, wie man will. Was müssen wir denn jetzt machen? Da komme ich an die rüber. Ich weiß ja nicht, wo wir hin sollen. Also nicht mal ansatzweise. Stadt. Ich komme da auch nicht rüber, irgendwie. Da ist auch ein Kichengener, der in den Brunnen reinguckt. Das ist ja jetzt wirklich blöd. Erbe des Erben. Erbe des Erben. Gehen wir hier rein? Waldfestung. Okay, da kommen wir gar nicht hin. Oh, der klappt auch schon wieder. Der gibt es gesehen. Okay, da kommen wir gar nicht hin. Okay, müssen wir schon rumgucken hier, wo es weitergeht. Aber jetzt gerade weiß ich es nicht mal ansatzweise. Wahrscheinlich geht es da oben irgendwo weiter. Jetzt stimmt ja irgendwie alles nicht hier. Das ist ja wirklich merkwürdig. Also ich weiß nicht mal ansatzweise, wo wir hin sollen. Und das ist ja selten. Dass man es gar nicht weiß. Müssen wir mal gucken. Wo können wir denn noch hinkommen? Ah, meine Arme. So, wir müssen uns einfach mal alles durchforsten hier. Weil ich glaube, irgendwo muss es ja einen Weg geben, wie wir irgendwie weiterkommen. Da ist nichts. Wir gehen nochmal hoch. Ich glaube, ich gehe nochmal nach oben zu dem, naja, zu diesem Teil da oben. Weil ich wüsste nicht, was wir sonst noch machen können. Also es muss ja irgendwie hier drin was sein. Gehen wir mal durch. Gucken wir mal, wo wir hinkommen nochmal. Wir geben uns aber auch keine Aufschlüsselung hier, was wir hier machen, ne? Schlüssel. Ich weiß es tatsächlich nicht. Hier kann man nichts machen. Was ist doch, was ist denn das für ein Kack? Oder jetzt so, wer durch die Gegend zu laufen, macht auch nicht so viel Sinn, oder? Was entgeht mir denn gerade? Also was habe ich denn, was habe ich jetzt gerade nicht gedacht, ist die Frage. Wenn wir mal nach unten gehen nochmal. Halt das auch noch ein, oder? Sumpf. Sumpf. Okay. Wo war denn der Sumpf? Wisst ihr es noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann man hier nochmal durchgehen noch? Durch ein Wald, ja, oder? Hier ist auch jemand. Kathedrale Geist. Oh, hier ist so ein Teil, was wir wegmachen können, oder? Huch. Testen wir, oder? Das funktioniert zumindest noch mit unserer Power. Wir haben uns hier so eine Brücke hingemacht, oder so eine Treppe. Da drüben ist so eine, für unsere Anleitung was. Bist du so unser Handbuch? So, hier geht es weiter. Kathedrale Mondlicht. Okay. Großer Kampf. Bist du bereit? Ich weiß nicht, was da steht, aber gehen wir jetzt anders. Gehen wir es. Auch hier geht es nicht weiter. Hier können wir nicht laufen. Wann können wir denn hier am Wasser nicht laufen? Ist ja auch neu, ne? Na gut. Hier geht es runter. Alte Begräbnisplatz. Geht es hoch? Da ist ein Fernrohr. Da können wir mal einen kleinen Überblick verschaffen. Okay. Das sieht er auch nicht so... Oder leuchtet irgendwas da unten? Das sieht auch nicht so schön aus hier, ne? Okay. Hier runter. Aber wir haben ja echt viel von unserer Power und alles verloren. Das ist ja so ein bisschen frustrierend, ne? Muss man mal sagen. Können wir hier rüber gehen über das Ding? Können wir da rauf? Ja, okay. Halt. Ah, guck. Da schau einer an. Ach, guck mal, ich habe mich speichert. Das ist schon mal gut. Speichern wir doch mal kurz da. Und jetzt durchforsten wir das hier. Oh. Die gehen einfach so auf die Tür. Das ist natürlich gut. Oder auch nicht so gut. Weiß kommen wir an, welche Seite man es sieht. Hä? Ist das der Geist, von dem die reden? Sind das die Geister, von denen die reden? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ob wir es mal hinkriegen, bevor uns jemand trifft? Na, ist schon passiert. Alter, wer schießt denn auf uns? Wer ist das? Wer ist denn das? Ich sehe die ja nicht mal. Das ist immer schon gemein. Kann ich den irgendwie sichtbar machen? Auch anscheinendlich, ne? Na gut, aber das Ding haben wir ja schon bewegt, ne? Ich glaube, da passiert nichts mit uns. Na, guck mal da. Okay. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir gehen jetzt aber hier längs. Hier haben wir zumindest irgendwie Licht hingesetzt. Da oben ist so ein magisches, äh, Dingsbums. Oh. Okay, kann man nicht längs. Ah, das ist aber auch jetzt wieder so ein bisschen. Ich muss ja echt schnell reagieren, wie zu erwischen, ne? Ich muss ja echt schnell reagieren, wie zu erwischen, ne? Alter, die sind aber auch nervig, die Viecher. So. Hier geht's ja wie von hoch. Schon mal ein gutes Zeichen. Aber auch nicht, ich weiß ja nicht, wo wir hin müssen. Ich muss ja erst mal im Friedhof. Oh. Oh. Oh, oh. Warte mal. Oh. Shit. Das war ein bisschen viel Leben weggepflastert da. Na gut. Haben wir Glück und die greifen uns nicht an. Okay. Nimm hier. Was sind wir denn hier? Das sieht aus, ne alte Kette. Das wäre vielleicht ne Leiter auch. Okay. Könnte auch ne Art Abkürzung gewesen sein jetzt. Man weiß es nicht. Aber hier können wir, ach guck mal, ist ne Abkürzung. Wir können hier auf jeden Fall nochmal speichern. Das machen wir direkt. Einmal. Weil ich auch kein Leben mehr hatte. Dann gehen wir da nochmal rein. Was ist denn hier drin? Ach, hier können wir was kaufen. Aber da genug Kohle haben wir eigentlich. Splend. Ah, ist so viel, ne? Weißt du was? Das Ding gönne ich mehr. So eine extra Flasche. So, mal sechs. So, Leben ist immer gut für unterwegs. Okay. Wieso gucken wir einen anderen Weg finden hier? Okay. Ich weiß immer noch nicht, wo wir hin sollen. Das ist das Problem. Das sieht ja auch alles schön aus hier, aber wo ist der Weg, wo wir hin längs müssen? Die sind wirklich nervig, die Geisterviecher, oder? Aber wir gucken mal, wie hier was. Ist hier noch irgendwas hier hinter versteckt? Tatsächlich. Komm hier zu dieser Kiste. Eine Münze. Die können wir für den Brunnen benutzen wieder. Aber trotzdem sind wir noch nicht weiter hier, Leute. Kannst du auch noch einen anderen Weg hier oben? Hier links gehen. Das ist einfach eine Kiste. Noch eine Münze. Okay. Mehr ist hier aber nicht, oder? Da kann man hier auch noch irgendwo hingehen. Hier drüben geht es auch noch längs. Okay. Hier machen wir mal kurz mal einen Überblick. Okay, da haben wir Energie hingejagt. Aber da ist noch ein Turm da hinten. Seht ihr das? Da müssen wir irgendwie hinkommen. Und ich glaube, das geht doch da über die Brücke. Ja, lass mal probieren. Ein bisschen aufpassen und kämpfen. Geht das auch. Dann krieg ich auch Platz. Hier waren wir ja gerade eben. Das muss ja hier links gehen. Oh. Da guck mal, da hat mir das komplette Leben wieder kleiner gemacht. Da, der Affe. So, jetzt gehen wir hier rüber. Das hätte ich gerade eben auch schon machen können. So, hier machen wir auch mal ein bisschen Licht rein. In die alte Katerale. Das wird der Weg sein. Hier geht jetzt das Türchen auf. Vor wir da reingehen. Gehen wir aber hier hinten links. Huch. Ach, guck mal, da geht es. Warte mal, hier geht eine Treppe runter. Habt ihr es gesehen? Jetzt seht ihr es. Ich sehe es. Ihr nicht. Ich aber. Ah, guck mal, hier ist eine Kiste. Nutzen. Hier geht es auch noch weiter. Okay, dann geht es nicht weiter. Jetzt kannst du noch eine Etage runterkommen irgendwie. Das kommen wir gar nicht. Da. Da, wo war das? Okay, gehen wir hier längs. Bin ich mal gespannt, wo wir dahin kommen. Ah, guck mal, erstmal können wir speichern auf jeden Fall. Die Kathedrale. Okay. Das ist ein kleines Ich. Oh. Warte mal, kann ich die da reinziehen? So kann man die auch töten. Aber wo sollen wir jetzt hier hin, ne? Ist die Frage. Ah, guck mal, jetzt geht die Hände noch weiter. Nee, gar nicht. Okay, ich speichere noch mal kurz. Weil ich jetzt gerade was verloren habe, aber die sitzen ja eh da oben. Kann uns ja egal sein. Gehen wir hier längs. Hier kommen wir nicht durch. Versuchen wir den Weg. Okay. So. Ich finde nur noch Geld hier. Gar keine coolen Items mehr, um uns ein bisschen stärker zu machen vielleicht. So. Die sind auch so ein bisschen nervig, diese Füchse da. Sind zwar niedlich, aber nicht so niedlich wie ich. Hey, was ist mit ihm los? Wieso stand so stark? Beziehungsweise hat es so viel Leben gehabt. Da habe ich es nur durch Zufall gesehen. Ah, guck mal. Geht's runter? Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite von diesem. Ah, okay. Jetzt ist er die ganze Seite vor. Okay. Oh, eine Schiechotte. Heiß geht's her. Da geht's hoch. Bastardviecher, oder? Wie viele Leben, die mir schon wieder runtergezogen haben. Oh. 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 Ich stelle mal unser Feuerdings wieder ein, einfach so, weil ich dann ein paar mehr Schüsse habe. Steck dich doch nicht dahinten, du böses Viech. Zwei Schuss dazubekommen. Diese Truhe. Okay. Das ist unser Eingang gewesen, oder? Gucken wir mal, was hier drin ist. Da geht es rein, und was ist hier? Beide mal abchecken. Ich muss auf jeden Fall eine Abkürzung machen, glaube ich. Ja, perfekt. Wir gehen mal kurz runter, mal gucken, wo wir landen. Ach, guck mal. Das ist ja super für uns. Das heißt, wir können uns einmal stärker machen. Gehen links gleich wieder hoch. Dann gucken wir mal in die nächste Tür rein. Ja. Hier raus. Oh. Stärkere. Wow. Okay, die beiden sind nicht ohne. Da muss ich mir was anderes überlegen. Hilft mein Schutzschild gegen die? Das wäre natürlich cool. Mal gucken. Mal gucken. Also können wir mir gut vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen entgegen wirkt. Aber ich weiß es nicht. Lass mal auf. Mach mal. sehr gut so geht es auch das war ja dumm von mir das war wirklich dumm von mir kann ich ihn kaputt machen ohne getroffen zu werden wir hätten mal stehen lassen sollen vielleicht einmal wenn da gegner kommen sind der reinlocken kann ich glaube nicht also wir pushen uns gerade bauen uns gerade auf hier ein bisschen gruselig aus hier ich komme gleich rüber was wir hier machen kann ich meinen power einsetzen guckt sie zumindest zu mir passiert nichts da kann ich nichts machen ist er gefangen bin ich von hier gekommen ne gut schon power einsetzen kommt fahrstuhl hoch nur mit knochen wir können wir jetzt zurückgehen sie ist weg also das da ist weg was immer das war gut jetzt können wir jetzt zurückgehen wahrscheinlich jetzt können wir auch eigentlich mal runtergehen gucken was die da unten wollen von uns klack speichern müssen auf jeden fall kommt nicht drumrum ne wird noch linje wird noch linje jetzt kann man auch hier was anfassen wir fahren direkt runter in die hölle hier noch mal ein speicherplatz noch eine tasche tiefer das ist nicht gut das alles hier kann man hier die verschiedenen gegner anlocken oder was sieht auch so wie wenn man jeweils ein gegner anlockt oder ja okay okay die sind da sehr okay ach der ist das okay alle kommen zwei von denen okay nur sie dürfen wir noch mal gegen gegen alle gegner kämpfen so dass man den das ist aber trotzdem hat das feuer ein blieb das feuer schießt das feuer schießteil den feuerschuss nehmen wir fangen doch mal mit etwas einfach an was ist in dem hier also diese fliegende dinger sind sind ja nicht so schwer ok sauber sauber ja krass ok mal was trotzdem noch mal mit dem hier das schutzschild halten oah alter ist das schwer krass gut da wissen wir auf jeden Fall was auf uns zukommt aber das machen wir beim nächsten Mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin tschüss 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 Vielen Dank.